Hallo Mina, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich begrüsse euch zu einem weiteren Video. Nachdem also ich zwei Wochen zu Hause gehockt bin mit Corona, hatte ich Zeit zum studieren und vor allem zum Video durchschauen. Was mir richtig gefällt hat, ist, Kollegen, Familie einfach zu Hause und ich bin aufs Videomaterial gestossen vom letzten September, als ich mit meinen Brüdern Andi und Michael unterwegs war. Und ich dachte, das ist perfekt, aus dem machen wir jetzt ein Video. Denn es geht genau um das, in diesem Video nicht um möglichst schnell zu fahren, sondern um Zeit miteinander zu verbringen, um das Lustige zu haben, gute Zeit zu haben und das hatten wir. Wir probieren, das jedes Jahr zu machen. Wir waren vor zwei Jahren im Dessin mit dem Bus, einfach ein bisschen zu sein und das mal haben wir geholfen lassen. Ich hatte ein bisschen ein Handicap, weil ich nicht so fit war. Der Andi, weil er das erste Mal nach seinem Armbruch auf einem Trail war und Michael hatte eigentlich kein Handicap. Er hatte nicht das neueste Velo, aber er hat das definitiv im Griff. So haben wir uns aufgemacht und sind auf Flims. Zuerst das Runcatrail bzw. ein Teil des Runcatrail, dann der Nudgeons Trail und hatten es richtig lustig. Ich wünsche euch viel Spass, schaut es euch an und bleibt dabei. Peace. 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 Ja, gut. So geil. Soooow, das ist für Sieg! Das ist aber so geil! Sehr nice! Sehr schön! Sehr schön! Sehr schön! Ich bin echt leid, ich bin echt leid. Great party! Da ist Kilby! Jaaa! Wow! Wow! Oh Scheiße! Wow! 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 So lange haben wir sie gerade dran gewöhnt. Diese Rumpenkisten. Das ist so geil! Das ist natürlich schon eine andere Liga. So! Also! Möchtest du raus? Ja! Ich habe mein Velo hier! Schön! Ja! 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 Ich habe zwei Wege gesehen. Ich habe die gesehen, die hoch nehmen und unten relativ sexy schneiden und die, die gerade oben runterkommen und unten einen rechten Winkel zieht. Du musst nach dem Sprung in die Ecke rausziehen. Und das habe ich nicht gemacht. Ich bin dann in den rechten Winkel und dann habe ich gedacht, ich bin extra schon langsam dran. Dann arbeite ich vielleicht nicht. Dann habe ich gedacht, geradeaus. Alle in der Welt. Stopp messin' around. Calling all you freetamers. You're just missing what you want. My brother's going down the drain. My sister's living the dream. Woah! My daddy was a gambling man with no strategy. Who gives a shit about him anymore? Guess we'll never really settle the score. Hey, schau, offene Plattern. Wir hätten die Fahrt auch weg gemacht, jetzt oder? Geil. Ich lasse schliegen. Moral. Wir wollen euch mal giants die. Immer nicht mal. Untertitelung. BR 2018 Ja, das war es vom Narcance Trail bzw. Teil noch vom Runcatrail. Wir hatten richtig viel Spass. Es hat trotz des Wetter, alles passt, die Bedingungen waren gut. Und die Hauptsache war es einfach Zeit verbringen mit meinen Brüdern. Und das war richtig cool. Am Schluss noch einen Kaffee nehmen, nachher ins Häuschen, fein etwas essen, Fleisch vom Feuer. So wie es muss sein. Zeit verbringen, geniessen und ein bisschen abschalten von der ganzen Ektik. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ich auch vergesse, nicht den Kanal zu abonnieren und einen Daumen hoch da zu lassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei war. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace.